Wie du eine Frau berührst oder richtig Körperkontakt mit dir aufbaust, zeige ich dir in diesem Video. Früher hatte ich extreme Amnestyles davor, cringe überzukommen oder irgendwas falsch zu machen. Und es ist auch gut, wenn du dir auch solche Gedanken machst, weil wir wollen auf keinen Fall, dass sich eine Frau unwohl fühlt. Deswegen nehme ich dir dieses Video auf, damit du einfach einen klaren Plan hast, wie du ab sofort in solchen Situationen vorgehen kannst. Schau dir dieses Video komplett an, damit du es auch wirklich verstehst. Weil wenn es dir so geht wie mir früher, dann willst du zwar Körperkontakt mit dir aufbauen, aber du weißt nicht, wann ist der richtige Moment und du willst auch nicht, dass es zu schnell ist und dass es sich unwohl fühlt, aber du willst auch nicht, dass es zu langsam ist und da verlierst du ja das Interesse oder du landest jetzt endlich in der Friends home. Und dann kommst du wieder frustriert am Date nach Hause und wartest auf ihren Text und es kommt aber wieder nichts mehr oder es kommt dann irgendwie, wenn du nachragst, sowas wie leider passt es doch nicht oder ich habe leider kein Interesse mehr. Deswegen Baukörperkontakt richtig auf und lass uns mal anfangen, ein Video dabei vorgehst. Das Erste, was du unbedingt tun solltest, ist sie zu Beginn des Dates umarmen und zwar auch herzlich zu umarmen. Also nicht nur so ganz, ganz kurz, sondern wirklich eine richtige Umarmung und die allermeisten Frauen haben da auch überhaupt kein Problem mit. Wenn die Frau ein Problem damit hat, dann ist sie wahrscheinlich extrem verklemmt oder super schüchtern oder kommt aus einer anderen Kultur. Ja, dann ist es ja okay, wird sie dir das Ganze kommunizieren, weil in den allermeisten Fällen das ist gar kein Problem. Eine weitere gute Möglichkeit, wie du sie berühren kannst, ist, wenn du mit ihr dich unterhältst und sie irgendwas Lustiges sagst, dass du sie kurz an der Schulter belührst und so natürlich Körperkontakt aufbaust. Also guter Körperkontakt baust du auch immer auf, indem es zur Situation passt, also indem es nicht zu komisch wirkt oder indem es nicht zu sehr aus dem Nichts kommt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du sie auf ein Date, wenn ihr nebeneinander sitzt, was ich dir immer empfehlen würde. Also ich würde auf ein Date entweder immer nebeneinander sitzen oder ich würde euch über Eck hinsetzen, also gegenüber ist in den Sälften gut. Du kannst es ja auch mal zum Beispiel mit deinem Bein behören, also dein Bein gegen ihrs und es wird in vielen Situationen oder ist eigentlich so gut wie nie ein Problem, vor allem wenn der Vibe auf dem Date schon gut ist und so kannst du quasi Körperkontakt aufbauen. Da musst du auch natürlich mal gucken, fühlst du dich wohl, wenn du merkst, zieht dir dein Bein weg. Kann offensichtlich nicht, dann war es vielleicht noch ein bisschen zu schnell, aber so kannst du dann vielleicht leicht und relativ zufällig, wie du es ja immer erzeugen willst, Körperkontakt aufbauen. Eine weitere Möglichkeit, Körperkontakt aufzubauen, die schon sehr alt ist, die aber auch funktioniert, ist etwas unnatürlicher vielleicht, aber funktioniert einfach auch gut und viele Männer fühlen sich auch wohl damit, ist, wenn ihr zum Beispiel gleicher Meinungszeit oder wenn sie irgendwas gemacht hat, was du lustig fandest, dass du dir einfach von ihren High Five abputzt und quasi so auch Körperkontakt aufbaust. Eine weitere sehr gute Möglichkeit, die ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn du in ein Café oder ein Restaurant gehst oder zu deinem Date läufst, dass du es hier leicht am unteren Rücken reinführst, der reingeleitet ist. Also das Unterrücken ist auch ein Areal, wo es in der Region okay ist, vor allem wenn ihr auf dem Date seid, wenn die Stimmung schon passt, wo es gar kein Problem ist, wenn eine Frau dort berührt wird und auch nur kurz, nur beiläufig, soll es sich auch angenehm für sie anfühlen und das kannst du auf jeden Fall immer bei den Dates einbauen. Was du zum Beispiel laufbaren kannst, ist, ihr was zeigen und so Körperkontakt aufbauen. Also zum Beispiel irgendwas, was du siehst, irgendwas Witziges, was irgendwo im Hintergrund passiert und dann könntest du sie zum Beispiel kurz antirabühen und könntest ihr zeigen, dass da irgendwas passiert ist. Eine weitere gute Möglichkeit, um Körperkontakt aufzubauen, ist auch, wenn sie zum Beispiel hohe Schuhe anhat und sie läuft den Treppier runter, dass ihr quasi anbietest, dass sie sich bei dir festzählt, dass sie ihren Arm zu verspielen hältst und sie dementsprechend dann Unterstützung hat oder auch in verschiedenen Situationen, wo du ihr vielleicht helfen kannst, auch die Jacke zum Beispiel, kannst du mal inhalten oder ähnliches. Solche Situationen sind sehr, sehr gut, um Körperkontakt aufzubauen. Wie du auch Körperkontakt aufbauen kannst, ist mit dem Pinky Promise. Das ist auch relativ alt, aber es funktioniert auch nach wie vor, wenn es sich für dich nicht zu natürlich anfühlt. Das ist auch eine Möglichkeit, wie du mit einer Frau sehr schnell Körperkontakt aufbauen kannst und dadurch, dass es eben Vorwand gibt und dass es auch nur die Hand ist, geht es auch sehr, sehr schnell. Also zum Beispiel, ob man dir eine Frau in der Bar oder im Club ansprichst, auch dort kannst du so schon Körperkontakt aufbauen. Eine weitere sehr gute Möglichkeit, um Körperkontakt aufzubauen, ist einfach ihre Hand zum Beispiel zu nehmen unter den Vorwand, zum Beispiel indem du ihre Fingernägel anschaust oder indem du einfach mal deine Handgröße mit ihrer vergleichst oder indem du einfach mal checkst, ob sie kalt oder warme Hände hat. Das kannst du dir auch einfach so ansprechen. Und in den allermeisten Fällen ist es überhaupt kein Problem für die Frau, dann außer Körperkontakt aufzubauen. Eine weitere Möglichkeit, die du Körperkontakt aufbauen kannst, ist eine Möglichkeit, die schon sehr lange von sehr vielen Männern immer genutzt wird. Da musst du gucken, dass sie auch nicht cringe überkommt, dass wenn du den Arm umsiehst. Weil viele Männer, die zögern zu lange und die haben dann ihren Arme erst irgendwie so unnatürlich da liegen und so und die Frauen merken eigentlich genau, was die Männer machen wollen und der Mann traut sich aber nicht. Und wenn du Dinge halbherzig machst, das ist immer sehr unadaptiv für Frauen. Wenn du den Arm umsie legst, dann mach es richtig. Mach es nicht halbherzig, sondern mit vollem Commitment. Mach es richtig. Und in vielen Fällen, weil die meisten Männer sowieso sehr lange warten, dass ihr Körperkontakt aufbauen, dann fühlst du dich sowieso schon wohl. Und wenn ihr so Körperkontakt aufbaut, dann kannst du sie in der Regel auch schon küssen, weil es schon sehr intensiver Körperkontakt ist. Musst du aber nicht unbedingt machen. Er ist eine Möglichkeit, drei Körperkontakt völlig aus zum Beispiel, einfach nur dann die Hand zu nehmen oder andere Wege, von denen ich hier genannt habe, zu nutzen. Wenn du jetzt das Ganze angeschaut hast und du nicht in die Umsetzung kommst, du schaust dir lauter Videos an, du schaffst es, das Ganze umzusetzen. Du hast vielleicht selber noch überhaupt keine Dates oder irgendwie mal zwei Dates im Monat oder wahrscheinlich noch weniger. Du willst endlich mal wirklich regelmäßig Dates oder die richtige finden und dich endlich mal zufrieden fühlen, endlich mal erfüllt fühlen, endlich mal ein nices Dating geben haben, sodass Dating nicht immer irgendwas Ungenehmes in deinem Leben ist, sondern was, was dir Freude bereitet. Das ist, was Männer immer wieder berichten, wenn ich auch zusammenarbeite, die dann gute Ergebnisse haben. Du findest dich erfüllt, die haben mehr Energie. Dann ruf dir gerne ein kostenloses Geratungsgespräch. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung. Rat dich ein, du redest kurz, vollkommen kostenlos und unverbindlich mit uns. Und wir geben dir einen Plan mit, was du machen kannst in deiner aktuellen Dating-Situation, um dort voranzukommen, um erste Dates erfolgreich zu meistern, Dates erfolgreich zu meistern, überhaupt mal Dates zu bekommen. Völlig egal, an welchem Punkt du bist. Und das Ganze geht immer weniger Wochen. Also dementsprechend breit dich jetzt ein, schiefst dich wieder vor dir her. Und wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ansonsten folg gerne im Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.